Der ganze Codewort war Operation Star Wars, weil wir haben immer gesagt, Bushido ist wie Ennis. Bushido ist Luke Skywalker. Anakin, der dann böse geworden ist. Der war früher cool. Er ist Anakin, der Imperator ist Aras. Du bist Meister Yoda und ich bin Luke Skywalker. Die Frage hatte ich auch noch. Ja, die Story muss ich ausholen. Was ich sagen will ist, ich war in Neukölln, wurde angegriffen. Die Sache hat sich auf jeden Fall besser aufgelöst, als es sich jetzt so anhört. Aber ich war frustriert auf jeden Fall trotzdem. Ich bin dann in die Regerstraße gegangen, gegenüber dieser Kirche, wo wir gewohnt haben alle. Und ich war vor der Tür und ich war so frustriert. Und ich wollte mit dem Gesicht nicht reingehen, dass mich mein Mitbewohner Josch damals dann so fragt. So, was ist los, was ist los? Ich wollte dieses Gesicht nicht haben. Also bin ich vor der Tür, lauf auf und ab, lauf auf und ab, Frust runterarbeiten. Es war so 1 Uhr Nacht. Es war auch Ramadan. Tatsächlich war es auch Ramadan. Es war sogar der letzte Tag vom Ramadan. Also es war, ja, der letzte Tag, genau. Ich erinnere mich noch, weil ich war mit einem Kumpel, ich will seinen Namen nicht sagen, weil er immer in diese Story nicht rein will, aber auch jemand, den man in Berlin eigentlich kennt, von der Branche. Und wie ich war mit ihm zusammen, haben wir das eigentlich auch eingefallen. Also ich hatte ihn eingeladen zum Essen. Lange jetzt, lange Talk. Ich war mal kurz. Ich war so frustriert. Ja, das ist die Zeit, alles gut. Ich war so frustriert. Das kann ich mir so weit, ich kann mir das nicht mehr gefallen lassen. Dieses Druck, Stress, Druck, bla. Und Sinan auch im Knast gewesen. Stimmt, der war noch im Knast. Ja, Sinan war im Knast und das wussten die natürlich auch. Und ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben, das schwöre ich bei allem, was mir heilte, noch nie in meinem Leben, habe ich Sinan angerufen, hier, klär mal. Weil erst mal, weil er eben ist, habe ich noch nie in meinem Leben so ein Problem auch gehabt, was ich irgendwie so klären müsste. Zweitens, Digga, er hat so viele Probleme auch, was Bewährung und so angeht. Ich weiß ja, dass er dann auch durchdreht und dann, und was ist dann? Dann hat er nochmal fünf Jahre, aber das ist voll bescheuert. Also das sowieso nicht, aber trotzdem informiere ich ja meine Familie oder Brüder oder es gibt ja ein, zwei Telefonnummern, du kennst das doch. Wenn dir so etwas passiert, gibt es immer ein, zwei Nummern, die rufst du immer an. Und ich muss sagen, äh... Also ich muss ganz kurz einlenken, ich kenne das. Ja. Bei mir damals, ich habe, hatte eine Schlägerei gehabt und mir hat jemand eine Baseballkeule in die Fresse gehauen. Ja, krass. 15 Stiche. Uiuiui. Und, ähm, habe ich wirklich einmal in meinem Leben meinen Onkel angerufen. Ich habe zwei Onkels, also die, meine Mutter ist die älteste und hat zwei kleinere Brüder. Ja. Der eine ist mittlerweile verstorben, der war auch 15 Jahre im Knast wegen Mord und der war zu dem Zeitpunkt im Knast. Ich wusste, der eine ist halt krank, Mörder halt, aber ich wusste von meinem, äh, von den kleinsten Brüdern meiner Mutter, also meinen anderen Onkel, wusste ich, dass er so krank ist. Ich habe den dann angerufen, ich schwöre euch, ich weiß noch, ich war, war einfach alles offen, ich habe ihn angerufen, Daie, komm sofort her, die haben mich gefragt. Daie sagt ihr auch, ja, krass, wir auch, ja. Und, ey, der ist gekommen, ich sehe nur meine Mutter, ich sage, was macht meine Mutter, meine Mutter weint und kommt zu mir, bist du bescheuert, deinen Onkel anzurufen und geweint. Und mein Onkel war da mit einer Knarre, der hat gesagt, wo ist er, wo ist er. Sie meinte, bist du bescheuert, einer ist schon im Gefängnis, du kannst, und ich habe ihn nie wieder angerufen, nie wieder. Ja, man muss auch sagen, ich bin auch so ein deeskalierender Typ immer auch, und ich weiß, bei Sinan, der ist halt genau das Gegenteil, was das angeht. Aber, also, es käme mir nie in den Sinn, und auch bei dieser Sache erst recht nicht, aber er war sowieso im Knast. Wobei ich witzigerweise sagen muss, jeder, der sich mit Knast auskennt, jeder, der sich auskennt, weiß, Knast ist die, also Mock, du bist drin, du weißt das, ich habe schon mal mit Mock auch darüber geredet, Knast ist die Schlimmste, was Kommunikation angeht, die wissen alle vorher uns immer, was passiert, weil die haben ja nichts anderes zu tun. Da gibt ein Gerücht, sind dann zwei, drei Stunden später, wusste er das schon. Das hat nicht lange gedauert, ne, das hat nicht lange gedauert. Auch die Fibo-Sache, in der Nacht wusste er das schon, ne, dann ruft er mich aus Knast an, ey, ich bin's, Dix, was passiert, was ist los, so, weißt du, so mäßig. Egal, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich war so frustriert, in der Nacht habe ich Farid angerufen, und, äh, das ist immer mein Go-To-Guy, ne, das ist mein, so, ich meine, eine ganze Zeit lang, immer noch, eigentlich muss ich sagen, war ich das für Flair wahrscheinlich. Vielleicht, du hast mich immer angerufen, als Erster, wenn irgendwas war. Digga, es gab eine Zeit lang, ich glaube, also, du warst so richtig, ich, ne, ich weiß noch, irgendwann habe ich bei dir halt gemerkt, also, also, erstens, wo ich gehört habe, dass dir diese Situation widerfahren ist, dass irgendwelche Typen dir da aufgelauert sind, das war ja eine Sache, die ist mir aus derselben Ecke passiert. Ja, und vor allem, du kennst das ja hundertmal, ich habe das jetzt ein, zwei Mal gehabt, du kennst das ja. Ja, aber gerade aus deren Ecke so, war für mich voll so, ich weiß ganz genau, wie er sich gerade fühlt, ich weiß, ich hab das, äh, ich hab damals niemanden gehabt, den ich anrufen konnte, ich war da, hab da die, 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 die Endpanikattacken geschoben, weil das ja bei mir auch im Dauerzustand über Jahre war. Dankeschön. Ähm, nee, und, aber irgendwann haben wir, irgendwann war uns allen klar, und das haben wir auch wirklich dann beschlossen, also, damit die Leute das wissen, wir haben das beschlossen. Erstens, bei ihm sind die einfach einmal zu weit gegangen, Bushido, dieses Auflauern, so. Weil viele verstehen, das ist ja das Krasse, das merke ich auch bei mir im Screen, viele verstehen das nicht, warum schießt du es immer gegen Bushido? Ja, ja. Ja, die Sache ist. Und ich habe gesagt, der Einzige, weil ich ja dann, Faber hat es mir erzählt, ich wusste nicht, Faber hat es mir erzählt, da habe ich gesagt, ey, der ist der Einzige, der seinen Maul aufmachen kann. Und, weil auch die Leute gesagt haben, warum ich dann halt rede, ja, Bushido hat mich erwähnt, er hat mich in irgendeine Sache, in den Video reingezogen, womit ich gar nichts zu tun haben wollte. Na, die Sache ist, bei euch, guck mal, bei euch ist ja so, ihr habt ja alle eine History mit dem. Ja, ja. Ich habe ja so in dem Sinne... Ich war ja ein Arbeitskollege, ich mache Interview, das sieht gut aus, dann gehe ich nach Hause, das war's. So, dann disste er mich, disste er mich, disste er mich, das war für mich auch noch nicht Grund genug, so abzugehen, weil, ey, Mann, das gehört irgendwie zum Game, habe ich gedacht, ne. Dann fing das an mit unter die Gürtellinie dissen, drohen. Also, das kann man wahrscheinlich ganz easy auf Ego zurückführen. Einfach, ich habe eins der, sage ich mal, bedeutenden, eins der bedeutendsten Risse bei EGJ, war ja das Interview mit Manuel, glaube ich, ne, dieses, ich komme in dieses Café, das berühmte Interview. Da hat der Manuel mal wirklich gesagt, ich weiß noch, ich weiß das noch tausend Prozent, ich war mit meiner damaligen Freundin, also deswegen ist das ja auch meine Ex-Freundin. Was? Ja, also wegen der Sache hat sie mich auf jeden Fall, das war der letzte Tropfen, muss man dazu sagen. Echt? Ja, ja, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Ich weiß noch, ich war mit ihr, für alle, die es nicht kann, ich sage mal zwei Sätze dazu. Ich war, äh, wohin gehst du? Essen? Ja, iss mal. Nimm du das, Mike. Ich war, ähm, mit meiner damaligen Freundin, erstmal schöne Grüße, wir sind immer noch cool miteinander, alles Gute. Äh, beste Frau, wirklich eine super Frau. Die hatte, Mann, Alter, die hatte Picknick vorbereitet mit ihrer Schwester und ihren beiden Kindern, sie hat zwei Kids. Mann, ey, die hat sich sehr darauf gefreut, seit zwei, drei Wochen hatte die auch Urlaub, so die Kinder, dies, das, alle freuen sich, äh, Picknick. Es war ein, es war ein Sommertag, hast du nicht gesehen, es war die Hitze des Jahres. Im Köln war sie, die war, die wohnte in Köln, ich, an irgendeinem See oder so wollten wir, ne, alle waren am Start, Family, bla, bla, bla. Und dann ruften Manuel mich an und der war irgendwie sauer wegen irgendwas, was vorgefallen war, ne, und es war auch Ramadanisch, ey, Alter, es war auch Ramadan. Und dann sagt der Manuel jetzt mir, Russ, Wallah, wenn du jetzt kommst, wenn du jetzt kommst, pack ich aus. Und damals war, für uns, pack ich aus, wusste immer jeder, worum es geht, weil er hatte jedes Jahr, hatte er diesen Anfall so, aber man, ich, man versteht ihn auch, oder du weißt das ja, keiner hatte, keiner hatte Bock, eine Stunde gegen EG, oder gegen Bushido zu reden, das hat keiner gemacht. Die Einzigen, die sich damals getraut haben, Frau Manuel, abgesehen von euch Berlinern und so, waren dann Laonda-Jungs. Aber man hatte die, muss man auch zugeben, nicht ganz ernst genommen, ich auch nicht, weil das waren, die waren Newcomer. Kennst du auch, Manuel war lange dabei, das ist eine ganz andere Geschichte. Vor allem kann der geil erzählen, der hat in diesen zwei Stunden Interview, und das ist, ich war ja fast kein Interview, ich musste ja nur so machen, weil er wusste ja eh, was er sagen will, und er hat das ja, muss man ja sagen, das ist One in a Lifetime, schaffst du das ja. Ich habe das Ding auch selber, ich gucke mir selber nie Interviews von mir selber an. Aber die Leute, man kann sich selber noch nicht mehr sehen, aber ich habe mir das mal komplett durchgezogen einmal und mir so gedacht, wow, das ist wie ein Film, den er erzählt, dramaturgisch auch, also mit Höhepunkt, mit runter, mit ober, das ist so perfekt. Und das war, also nur, dass du es weißt, ich musste zu meiner Freundin damals sagen, ey, Scheiße, ich kann nicht kommen, ich muss, ich mache das schnell und ich komme danach. Die hat wirklich nur die Augen verdreht und dann auch noch ihr Auto habe ich dann genommen und so, sie ist dann mit der Schwester gefahren, sie meinte nur noch, ja, ja. Und ich weiß noch, ich bin abends zurück zum See, da waren die schon wieder am Packen. Ah, Scheiße. Dann hat sie zu mir gesagt, wir müssen mal morgen in Ruhe reden. Oh Gott. Da wusste ich schon, was Sache ist. Am Abend auch nicht mehr gearmst, dann nur noch, wir müssen in Ruhe reden. Am nächsten Tag, wirklich, das war angenehmste, angenehmste Schluss machen ever, weil man muss sagen, sie war, ich will jetzt ihren Beruf und so weiter, ich will nicht so weiter in ihr Privatleben reingehen, aber sie war in dem Bereich Psychologie gelernt, sag ich mal so, ne? Ah, krass, Alter. Also, sie war so, sie war so, sie hat sie, also wirklich eine, eine super Mutter, sie war eine wirklich super Mutter auch für die Kids, ne? Sie hat immer mit denen, ich hab viel gelernt von ihr, ne, wie man, Erziehungsmethoden, Auf jeden Fall sitzt sie sich hin, ich fühlte mich wie ein Kind, so, die so, hör zu. Ich so, Mann, ey. Sie hatte halt komplett auch recht, was ich, ich konnte nur am Ende sagen, danke für das Gespräch, so. Vielen Dank für das Gespräch, hab ich da immer gesagt, ne? Es ging nicht anders. Ne, man muss sagen, das war auch nur noch ein Tropfen. Es war schon oft so, dass ich den Job vor ihr gestellt hab, diesen Job. YouTuber sein, was losmachen, unterwegs sein und so. Immer hab ich das vor, das muss ich zugeben. Das hab ich, das war immer Prio. Und das wollte sie nicht mehr mitmachen. Das ist auch völlig in Ordnung und völlig ihr Recht. Ich war aber sehr traurig, ne? Und, ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Zum Manuel-Thema. Ja, das ist dann, ich weiß noch, nach dem Manuel-Interview, das Ding hat ja, das war eins meiner ersten Interviews, was der, oder der ersten wenigen Interviews deutschlandweit, gar nicht nur von mir, sondern eins der, ich denke, Gesamtszene, das ja so gehittet hat. Das haben die Leute sich angeguckt. Warst du noch cool mit Bushido, oder? Ja, ja, ich war mit, ich war mit allen cool. Immer mit allen cool. So. Und, äh, dann rief der Arafat mich an. Auf das Interview, paar Tage später, rief der Arafat mich an, weil ich glaube, ich bin... Aber du warst mit Arafat auch cool? Ich war mit allen, ich war, eigentlich war ich nur mit Arafat cool. Ich war mit Bushido, muss ich sagen, ich war mit ihm so Arbeitskollegen cool. Aber ich hatte nie seine Nummer oder so. Doch, ich meine, doch, ich hatte mal seine Nummer, aber das, äh, es wurde nicht warm. Ich will jetzt nur, das mit der Nummer sage ich jetzt auch nur, damit jetzt nicht irgendwann einer sagt, du hast aber in dem Interview gesagt, einmal, ja, er hat, er hat sich gemeldet, also es war völlig von seiner Seite aus. Ich konnte mich nicht melden. Seine Nummer hatte ich, die ging fünf Tage, weißt du, so mäßig, die ging zehn Tage, dann ging die schon nicht mehr. Keine Ahnung. Einmal habe ich nach was gefragt, ging die Nummer schon nicht mehr. Also, keine Ahnung. Ich glaube sogar, die meiste Zeit hatten wir über Insta-Message Kontakt. Insta-Message war, bevor Instagram-Messages hatte, gab es Insta-Message. Und das war auch ein wirklichen drei Nachrichten. Wir hatten, ich sage immer, der war der einzige Mensch in der Szene, mit dem ich keinen Kontakt gepflegt habe. Das ging halt, wir wurden da nicht warm einfach. Aber das war für mich auch völlig okay, also, ist halt so, ne? Und da hat er Ego-Problem sozusagen gehabt? Nein, Arafat hat Kontakt gehalten, hat auch den Kontakt, kennst du ihn ja wieder, der ist, zwischendurch ruft er an und sagt, ja, hier, was weiß ich, wenn Ramadan war oder wenn irgendwas war, hey, nochmal, was weiß ich, Freude Weihnachten, so. Keine Ahnung. Jemand, der es versteht, Netzwerks zu halten, so, weißt du. Und da rief er mich an, ein paar Tage, ich glaube, es war, ich erinnere mich jetzt nicht hundert Prozent, müsste ich mal nochmal nachgucken. Ich glaube, kurze Zeit darauf war irgendwas mit Shindi Bushido, ich glaube, Tour oder so. Und da wollte ich hin und Interview machen, Vlog machen, keine Ahnung, ich war ja voll im Vlog-Game damals. Ruf ich den an und sag, ja, was geht ab, komm mal rum und so. Dann sagte er zu mir, ich weiß noch ganz genau, das war das erste Mal, dass der nicht direkt freundlich war. Dann sagte der, ja, müssen wir aber nochmal reden. Dann sag ich, was geht denn überhaupt? Ich hab überhaupt, da war ich vielleicht auch naiv, muss ich sagen, da war ich auch noch grün hinter den Ohren. Ich hätte mir denken können eigentlich, aus heutiger Sicht völlig normal, ja klar, nach so einem Interview. Ja, richtig. Dass die so abgefuckt sind. Aber dass die so abgefuckt sind, das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber auch nicht geglaubt. Dann sagt er zu mir, wir müssen mal reden, die Jungs sind sauer, sagt er. Ich weiß noch genau, die Jungs sind sauer. Und dann sag ich, weswegen, auf mich? Ja, so, 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 bla, bisschen hat er so ein bisschen drumherum geredet und dann, es war mir dann aber bewusst, er meint, das Manuel-Interview, ne? Hab ich gesagt, ja Bruder, dann komm ich zu euch, dann könnt ihr genau dasselbe labern, ihr könnt wieder revidieren, ihr könnt halt, ich, das war in meinem Kopf war so, ich halte hin, die labern, dann geh ich zu ihm, labern, so, stell meine Fragen, so. Wie das heute eigentlich ist, bei mit jedem anderen, außer mit Bushido. Das war ja vorher auch so, war es mit jedem anderen auch so, außer mit Bushido. Ich war so, mal guck mal, selbst Animus und Manuel die Geschichte. Ich mache mit Manuel ein Interview, er haut voll raus, auch dieses, an diesem Tisch wird nicht gelogen, auch wieder ein legendäres Ding. Ja. Der eine muss mir nur geschrieben, lass uns was los machen. Also, er hat mir nicht geschrieben, selbst bei der ganzen Sache hat er nicht geschrieben, warum interviewst du ihn? Ja, warum, warum Sportloyalität, so, ja, früher haben die auch bemüht. Ich muss sagen, es ist halt völlig deplatziert, an dieser Stelle. Also, Bruder, ich bin weder in eurer Gang, noch bezahlt ihr mich, ich bin in dem Sinne, ich sage in Anführungszeichen, äh, Reporter, so, Street Reporter, so, wenn du so willst, ir to the street, ich muss mit allen cool sein, ich bin die Schweiz. Das hat auch immer wunderbar funktioniert, außer mit DJ. Ja, und, genau, und, guck mal, ich bin eng mit Flair und ich weiß, viele, viele Rapper haben natürlich Hals mit ihm, weil er natürlich auch immer schießt. Die, die sagen aber, die hängen aber jetzt nicht mit mir ab oder, oder wenn ich da mal irgendwo bin oder so, werde ich trotzdem herzlichen empfangen. Zumindest, äh, es ist so, es ist so, echt nur, viele sehen nur das Negative. Jetzt, als bestes Beispiel jetzt, mit Mock. Durch die ganze Sache ist ja, hat sich alles wieder beruhigt. Man ist cool. Ja. Und das vergessen die, das vergessen die wenigen Leute. Ja, mit Mock war, ähm, äh, spontan. Wenn Leute, guck mal, wenn Leute in der Hip-Hop-Szene mit mir ein Problem haben oder wir haben mit denen ein Problem oder, oder Leute haben untereinander ein Problem, ist doch alles schön und gut. Kann doch so sein. Muss doch keiner den anderen, äh, lieb haben. Es ging ja immer darum, dass Moshid und Arafat eine Linie überschritten haben. Genau, genau, eigentlich hast du recht. Es geht, man muss ja nicht cool sein. Man kann ja, es ist ja auch Rap, Mann. Es, man, man soll ja auch ein bisschen so anteasern und das, 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 das zum Beispiel zwischen mir und Mock ist genau das. Das war einfach bescheuerte Scheiße so. Und dann haben wir das ganz schnell auch aufgelöst, weil ich hab nix gegen den, so wie es aussieht, auch nix gegen mich. Aber, ähm, ich will nur sagen, er hat schon recht. Man muss ja nicht mit allen cool sein. Aber es geht um die Art und Weise, wie du versuchst, den anderen fertig zu machen. Also wenn es auf Tracks ist, wie gesagt, Moshido hat mich ein paar Mal gedisst, gut, hab ich das geschluckt, Scheiß drauf. Und darum, wenn Leute wirklich die Hintergründe, gerade, gerade auch andere Rapper sollen jetzt gut zuhören. Wenn Leute denken, wenn Rapper denken, du kannst dich, du kannst dich mit uns anlegen, auf diese Drohbasis, auf diese Unterdrückerbasis und dann wird es keine schweren Folgen für dich haben. Dann sollen die wissen, das kann Bruce auch bezeugen, wir haben auf sechs Ebenen diesen Typen gekippt. Wir haben den nicht, der Typ ist nicht gekippt im Gerichtsprozess. Der Typ ist nicht gekippt, weil er im Polizeischutz ist. Der Typ ist gekippt, weil wir auf sechs Ebenen, dass wir das Fahrrad und Flair sich vertragen haben, war nur deswegen. Im Hinterkopf war die Strategie dahinter, mach deinen Feind zu deinem Freund. Und ich sage dir, wie es aus meiner Perspektive war, er hat das Treffen arrangiert. Keine Ahnung, was es für ein Tag war. Müsst ihr recherchieren. Einen Tag vorher sitze ich in Berlin, in einem Restaurant mit Bushido, Arafat und noch irgendein Araber war da mit bei. Ja, die waren bei dir, die wollten, dass du nochmal... Und die wollten CCM machen. Nur, dass du das weißt, Bushido. Ich habe zwei Wochen dran gearbeitet, damit das nicht funktioniert. Ja. So, die sitzen da mit mir und sagen so, hey, und so, wollen wir nicht was machen? Die haben uns gedisst. JBG 2 oder wie das heißt, ist rausgekommen und so. Wollen wir nicht machen, wollen wir nicht tun. Und ich sitze da und sage so, nein. Nein. Und Arafat sagt nur so, und Arafat hat es schon gemerkt, diese Masche, die er da gemacht hat, die Fibo-Masche und die ganze alte Masche, die geht jetzt nicht mehr. Arafat hat auch kämpft. Also, diesen einen Pluspunkt haben wir dann Arafat auch gegeben. Er hat von selber gemerkt, es geht so nicht weiter. Ist nicht die feine englische Art. Das hat man gemerkt bei ihm so ein bisschen. Er hätte ja, es war ja, guck mal, seien wir ehrlich, es war ja sein Name, der dafür stand, Sachen mit Gewalt durchzurücken. Richtig? So. Irgendwann hat er gemerkt, es geht nicht mehr und die Leute lassen sich es nicht mehr gefallen. Und irgendwann hat er auch revidiert und hat überlegt, ob das auch immer so richtig war, was er gemacht hat. Das hat man gemerkt. Weil er hätte ja auch sitzen können in dem Meeting und sagen können, Wallah, Flair, warum machst du nicht? Mach mal jetzt. Er meinte, wenn Flair nicht will, will er nicht. Okay? Scheiß drauf. So. Dann war... Die Zeiten waren auch ein bisschen over. Die haben gemerkt. Ich weiß auch, du hast mich angerufen und das war so einer der ersten Anrufe, wo ich gemerkt habe, wir sind Freunde jetzt. Also wir vertrauen uns. Weil vorher, du weißt, am Anfang war es eh nur kollegial. Hip-Hop-Szene, Ruth von Hip-Hop.de will ein Interview von Flair Business. Dann, man macht Jokes und so. Aber bei diesem Anrufen wusste ich, jetzt fragt er mich auch nach Rat. Guck mal, F, du hast mich angerufen und hast gesagt, jo, ja, Dings, Arafat war hier. Ich sag, wie, Arafat war bei dir zu Hause? Ja, ja. Ich sag, was wollen die denn? Weil die hatten ja Beef. Ja, die sagen so, es ging um die Erlaubnis von CCN. Weißt du noch? Ja, die fragen mich so, ob ich das mache. Dann hab ich gesagt, ja. Und dann? Ja, so und so und so. Und ob wir noch mal was zusammen machen. Und ich sag, was denn zusammen machen? Irgendwie dann CCN noch mal zusammen machen. Ich weiß noch, ich war auch dagegen, dass du diesen Track mit ihm machst. Du hast einen Track mit ihm gemacht. Da wart ihr so in der Videoseite bei Trains und so. Ich bin da beim Train. Er geht nicht an. Ja, oder was ist das nochmal für ein Track? Für Black Friday. Black Friday-Album, da war ich nochmal mit einem Song. Genau, da war ich auch total dagegen. Da war ich auch ein bisschen abgefuckt von dir, dass du das machst noch. Weil ich hab dir immer gesagt, ey, der saugt dich nur ab seit Jahren. Ich bin ein Beobachter. Ich kann dir das sagen. Jeder von außen sagt dir das auch. Du bist in dieser Beziehung drin. Das ist so, wie wenn deine Freundin dir gefremd geht und alle deine Freunde sagen dir das und du sagst, aber die liebt mich. Nein, ich glaub das nicht. Alle wissen das. Und ich sag zu ihm, warte, lass mich das sagen. Ich sag zu ihm, Bruder, jeder in der Szene sieht das. Jeder weiß das. Du siehst das nicht, ne? Ich weiß nicht, was für eine Liebe du da noch suchst, aber der liebt dich nicht, ne? Du willst das. Du willst das auch gerne haben. Ich kenn das ja. Ich hab ja auch einen besten Freund gehabt, jahrelang. Irgendwann, alle haben mir das gesagt. Jetzt Jahre, wenn ich zurückblicke, denke ich so, eigentlich war ich der Trottel, nicht der. Er hat mich zwar die ganze Zeit rausgesagt, aber wie konnte ich das nicht sehen? So. Hab ich das zu ihm gesagt. Er meinte, ich weiß noch ganz genau, dann hast du mich beruhigt und meinte so, ich hab nur noch das. Das andere hab ich abgesagt. Also dieses größere Projekt. Das sag ich ab. Ich so, wenn du das schaffst abzusagen, Alter, bin ich mal gespannt, weil die haben schon, die haben Druck gemacht. Die sind bis zu ihm nach Hause. Die sind, kennst du doch, wenn einer zu dir nach Hause kommt, wird's schwer abzusagen. Dann, hey Bruder, ja, hier Cola. Warte mal, wie geht's? Wie geht's? Familie. Jetzt sag mal nein. So. Aber der hat's echt noch geschafft. Und dann wusste ich, okay, jetzt kippt der nicht mehr. Und ich schwöre auf meine Mutter. Von Rapper bis Fans haben mir Leute immer wieder geschrieben, warte ab, bis das kippt. Ich glaube, heute schreibt das keiner mehr. Das ist vorbei. Aber das hat, wöchentlich hab ich Nachrichten bekommen, oder wenn ich Rapper getroffen hab zu einer Was-Los-Folge, haben die mir immer hinter der Kamera natürlich, kennst du meinen Quatsch, der über alles Mögliche, das ist ja auch interessant, das ist ja auch Gossip, dann aber, aber Flair wird kippen. Der wird noch mal zu ihm gehen. Das haben alle immer gesagt, alle. Und das war ein Talk, das, ich bin stolz darauf, dass das haben schon alle wieder vergessen, dass das mal ein Talk war. Das war mal, das war mal, äh, öfter. Nee, öfter als zweimal. Man muss sagen, vielleicht zweimal großartig, aber viel öfter. Aber eine ganz lange Zeit war das halt immer noch, also, also, der hat dann, der hat einer im Chat gerade richtig geschrieben, der hat dann mich random irgendwo in einem Backspin-Interview wieder gedisst, wo ich ihm nichts getan habe. Ja, einfach so. Und wir waren schon, wir waren schon am Plan. Und da habe ich tief in mir drin gesagt, ich werde jetzt nicht nur dir einen Korb geben, ich werde dir auch einen reinzimmern auf die eklige Power 48 Gesetze der Macht, alter strategisches Denken. Bist du, der Typ, guck mal, was wir da gemacht haben, für einen strategischen Plan gegen ihn, hat der bis heute noch nicht begriffen. Einer hat nochmal gefragt, wegen diesem strategischen, was wir gemacht haben, damit wir da... Ja, wir können da nicht alles jetzt erzählen. Wir können da nicht alles erzählen. Erstens so, weil dann würden wir uns auch offenbaren und das brauchen wir nicht. Genau. Wir haben es nicht gemacht, um cool zu sein, sondern wir haben es gemacht, damit... Kann ich auch wieder nur... Kann ich auch wieder nur so viel preisgeben, was ich mit Farid damals auch im Privaten besprochen habe. Farid meinte auch, es kann nicht so weitergehen, dass man in der Hip-Hop-Szene so miteinander oben geht, dass es so eine Unterdrücker-Mentalität ist. Weil, also, man muss sagen, ganz ehrlich, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber wir haben es natürlich in erster Linie auch für uns selbst gemacht, für den eigenen Seelenfrieden. Überlebensinstinkt. Überlebensinstinkt, Seelenfrieden. Aber in zweiter Linie war uns auch klar, ich habe das mal Hengst auch einmal gesagt. Auch wenn er mich... Damals hat er mich nicht so ernst genommen, aber heute müsste er wahrscheinlich sagen, du hattest recht. Ich habe das Hengst auch mal gesagt, vor einigen Jahren, als wir damit angefangen haben mit der Operation. Wie haben wir das nochmal genannt? Operation Star Wars. Ja, Star Wars... Der ganze Codewort war Operation Star Wars, weil wir haben immer gesagt, Bushido ist wie Ennis. Bushido ist Luke Skywalker. Anakin, der dann böse geworden ist. Der war früher cool. Er ist Anakin. Der Imperator ist Arafat. Du bist Meister Jodo und ich bin Luke Skywalker. Meister Jodo und Dingens ist 50-50. Wie hieß der Land vorher? Papa Ari? Der Todesstern. Nein, haben wir immer gesagt. Nein, das war so unsere Codesprache. Und wir haben damals... Es gibt sicher auf Instagram noch Fotos, wo ich Hashtag Star Wars gemacht habe, wenn wir irgendwas hatten. Da wussten die Leute nur nicht, worum es geht. Aber das war unsere Codesprache. Und wir müssen Anakin zurückholen, haben wir immer gesagt. Wir müssen ihn wieder runterholen. Und dann haben wir... Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nur sagen, wir haben wirklich... Wir haben wirklich Sachen gemacht. Pläne. Wir haben Dinger gedreht. Aus heutiger Sicht eine Psyche, Alter. Aber es haben viele Sachen geklappt. Ich kann mal so einen kleinen Einblick geben, wie sowas läuft, damit wir nicht zu konkret werden. Okay, also... Es gibt so ein Gesetz, auch in einem schlauen Buch, was ich gerne einmal wieder zitiere. Zerschlaget den Hürden und die Schafe zerstreuen sich. So. Man hat damals dieses EGJ-Team gehabt. Und natürlich haben wir auch mit viel Glück, dass halt intern bei denen etwas... Also guck mal. Ja, was heißt Glück? Wir haben das ja auch forciert. Wollte ich gerade sagen. Also, Arafat wird das niemals zugeben. Ja, ich wollte gerade sagen. Er wird das niemals zugeben. Aber der... Also, meine These ist ja die, und das ist auch meine Meinung, und ob das Arafat seine Meinung ist, der kann ja... Er wird natürlich, glaube ich, immer was anderes sagen. Bushido hat irgendwann gesehen, dass Arafat nicht mehr das für ihn tun kann, was er die letzten 15 Jahre tun konnte. So. Woran hat er das gesehen? Er hat das an vielen Schauplätzen gesehen. Sei es jetzt in München, wo die da Kopf an Kopf alle standen. Sei es jetzt andere Ereignisse. Und ich sag jetzt gar nicht, dass der eine dann krass war und der andere abgekackt hat. Bushido hat einfach nur gemerkt, es ist nicht mehr diese goldene Kreditkarte, die er immer zücken kann, oder dieser Panzer, der über alles rüberfährt. Verstehst du? So. Und das alleine, und wie gesagt, nichts gegen Arafat. Der Typ hatte immer noch genug Power, Alter, wenn du es trotzdem jetzt mit der Hip-Hop-Szene so im Vergleich siehst, im Verhältnis siehst, ja. Aber Bushido ist halt so ein Sadist, der wollte immer, der will einfach immer der sein, der pauschal über alles rüber rennt. Über alles rüberrollt und mit niemandem diskutieren muss und Macht demonstriert. Und die Kohle, die er da abdrückt, die muss sich lohnen für ihn. Ja, und einfach auch, ihm gefällt das auch. Ihm gefällt das. Hat man ja gesehen vor Gericht. Er ist ein Sadist. Man muss ja eine Sache sagen. Es hat sich ja jetzt wirklich auch vor Gericht bewahrheitet, als dieser Steven Krause da war. Als er diese Sachen erzählt hat, die der Bushido und seine Frau, mit ihm und seine Frau gemacht haben, das ist also, das ist sehr, sehr, sehr wild, Alter. Das ist Sadistisch. Jetzt kommen Leute wieder mit Sachen, die in der heutigen Zeit und er hat sich jetzt den Start gesucht. Bro, das interessiert uns alle nicht. Wir wollen auch nicht weiter da jetzt, da wieder auf den, auf diesen Zug aufspringen. Wir wollen, ich will euch nur klar machen. Also, in dem Augenblick, wo es mehrere Kriegsschauplätze gab, wo Bushido gemerkt hat, er kommt da nicht pauschal weiter. Da kann ich einfach jemand anrufen wie ein Arafat bei Roos, bei egal wem, bei Flair, bei Farid, bei Kollegah, bei Egal wem, bei Manuel sind auch, ne, viele Grüße. So, da waren wir alle in der Mauer und, ähm, dieses Anrufen hat nicht mehr so gezogen. Vielleicht bei dem einen hat's noch gezogen, bei dem anderen nicht, ist auch nicht schlimm. Jeder hat da seine, seine, seine Dinger gehabt und so. Und, ähm, äh, und ganz oft wünsche ich, ganz oft wiederum, aber auch jetzt Reader Real Talk, haben die richtigen Leute auch die richtigen Anrufe bekommen von Arafat. Sag ich dir ganz im Ernst. Gab viele Eierköpfe in der Szene, die haben's nicht anders verdient, dass da mal jemand anruft und denen eine Ansage macht. Ich schwöre dir bei Gott. Ähm, aber egal, das Ding hat nicht mehr gezogen, so. Und dann ist natürlich klar, dass dann Bushido sich gegen seinen eigenen, sich gegen seinen eigenen, äh, Meister wendet. Mhm. Und sagt, ey, was soll das? Hat mal geklappt, jetzt klappt's nicht mehr. Ja, und wie wir Bushido kennen, geht der ja nicht zu Arafat und sagt ihm jetzt, ey, pass mal auf, Alter, du kannst es nicht mehr für mich regeln, ich will jetzt hier dir nicht genug Geld geben. Er forciert eine Situation, damit er am Ende sagen kann, er kommt aus dieser Nummer raus und die Öffentlichkeit erfährt ganz andere angebliche Gründe, die dazu beigetragen haben sollen. Er ist komplett alles an den Hahn her beigezogen, genauso wie die Aro-Geschichte damals so. Und wenn die Leute diese Hintergrundinformationen hätten und wüssten, wie das alles zustande gekommen ist, wie Bushido sich das zusammengepuzzelt hat, wenn sie das verstehen würden, was er für eine Baustelle damit hatte. Das war unser Vorteil. Wir konnten in dem Augenblick eine ganz andere, neue Baustelle bearbeiten, die viel wichtiger war. Es ging vielmehr darum, wie solidarisiert man sich jetzt untereinander, wie macht man ihm vor allen Dingen auch die Allianzen zu. Ist ja ganz wichtig. Er hat ja immer gesaugt. Seine Strategie war ja immer. Mit denen hat es sich gezogen. Er hat jeden Produzenten von mir ... Guck mal, wen er von mir alles hatte. Sentino war damals bei mir 2007. Hat er gerippt. Er hat alle Produzenten, die ich hatte, Bizarre und Jock F, hat er gerippt. Er hat Orkan Che von mir gerippt. Er hat ... Niko Chiara später. Ja, die Sache ist, aber auch das, als wir damals geredet haben, wo er zu dir gesagt hat, komm wieder hier CTN machen und so, das musste ich dir aber auch runterbeten. Weil irgendwie wusstest du das, aber du wolltest das nicht sehen. Weil guck mal ... Ich wusste das, aber ich konnte nichts dagegen machen. Ja, oder du konntest nichts dagegen machen. Das Ding ist halt ... Das ist einfach so ... Er hat einfach ihnen die ANA-Arbeit machen lassen, sozusagen. Und ich meine, das hat ja auch geklappt. Der hat einen guten Riecher, beziehungsweise anders. Vielleicht hat der Bushido das auch geschafft, jemandem zu sagen, ey, ich glaube, du kannst das geil, komm zu mir. Aber er hat ... Das ist auch Arbeit. Es ist auch ein Gesetz in dem Buch, lass die Leute immer zu dir kommen, ködere sie, wenn nötig. Du musst ja auch im Netz ... Entweder gehst du auf Partys, sie lernst die Leute kennen. Oder du musst halt ... Du musst die 1000 Beats anhören, um zu sagen, jemand ist gut. Du musst mit den Leuten reden. Du musst mit den Leuten essen gehen. Du musst mit den Leuten abhängen. Du musst eine Beziehung aufbauen. Diese Arbeit ... Typische ANA-Arbeit irgendwo ... Bounding mit den Leuten ... Bonding mit den Leuten ... und dann auch zu erkennen, ey, ist das gut. Oder auch zu erkennen, der ist jetzt nicht gut. Aber wenn der, glaube ich, ein halbes Jahr bei uns im Studio wäre, wäre der gut. Dieses typische Newcomer erkennen. Dieses ... Wie viele Newcomer haben Absage bekommen, aber Jahre später bei den Stars ... Ja, weil die Leute konnten nicht erkennen ... Der ist jetzt nicht gut. Aber was er drauf hat, das müsste man so und so ... Diese Arbeit hat er ihnen halt immer machen lassen. Und hat dann ... Und hat dann auch ... Ja, und dann hat er es halt genutzt, dass die Leute dann doch ... Was für mich ja auch ein riesen Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich werde ihm jetzt eine Menge heimzahlen. Das sind ja nicht nur die besagten Freunde, die man mir wegnimmt, weil das waren dann keine Freunde. Die Kreativität, die er mir geklaut hat. Ja, ja. Guck mal, die Leute ... Die Leute sehen doch. Er hat kein Arafat Abou-Chaka mehr. Was ist denn jetzt mit Carlo Kuxnoten passiert? Du hast den besten Spruch gesagt ... Du hast den besten Spruch gesagt ... Guck, wo heute Bushido ist ohne Arafat. Ja. Ich schwöre dir, den hast du so oft gesagt und ich hab den letztens gehört und ich schwöre dir, ich guck mir das an und sag, ey, ich überlege ... Ey, du hast recht. Ja, aber das ist ja ein Logo. Ja, ist krass. Hat sich so etabliert. Man muss aber auch sagen ... Lass mich noch eine andere Sache sagen. Man darf auch nicht vergessen ... Ähm ... Arafat und Bushido waren wie dieser ... Wie dieser ... Wie ... Wie ... In diesen ganzen Anime-mäßigen ... In diesen japanischen Filmen ... In diesen Godzilla-Filmen ... Gibt es immer so einen Dinosaurier, der hat so zwei Köpfe. So einen so nicht Dinosaurier, so einen so einen Monster. Man muss sagen, die waren die perfekte Symbiose. Die waren wie Yin und Yang. Und man kann über den einen auch ... Bestimmt über den einen was Böses sagen, wie auch über den anderen ... Die haben auch ihre guten und ihre schlechten Seiten. Egal. Ich will nur sagen, beide haben perfekt zueinander gepasst. Denn wenn er sagt, Wo ist Bushido jetzt ohne Arafat? Ja, aber wo ist auch Arafat jetzt ohne Bushido? Nicht, dass die broke sind. Die beiden haben bestimmt mieses Geld. Das war uns auch immer klar. Wir können die ... Natürlich ... Unser Traum wäre natürlich, dass der jetzt im Kiosk gearbeitet ist. Aber das geht natürlich nicht. Ist ja klar. Da muss man auch realistisch sein. Dicker, der ist rich. Das kriegst du auch nicht mehr weg. Okay. Schön. Aber eins ist klar. Hip-Hop-Game, aus diesem Game wollen wir ihn raushaben. Und das ist realistisch. Das haben wir damals, vor drei, vier Jahren, wir haben gesagt ja, vier Jahre, haben wir gedacht, ist das realistisch? Damals, muss man sagen, sah das aber auch schon so unrealistisch aus. Muss man auch sagen. Und dann, als der Kapi noch bei ihm gesigned hat, sah es erst recht aus. Oh, Bulls sind wieder zurück, dachte ich so. Scheiße, jetzt haben die wieder ... Nee, aber ehrlich, wir haben durchgezogen. Als der Kapi und Samra hatten, haben wir auch gedacht, fuck, das wird wild jetzt. Weil Kapi kommt ja ... Also ich rede nicht von Kapi, den Künstler. Ich rede von Kapi kommt und wen er alles mitbringt. Was für eine Situation dann entsteht, für uns eventuell. Eventuell, sage ich, weil es erst nicht entstanden. Muss man sagen, die Rückseite, ich sage es mal speziell so, die Rückseite war angenehm und alles war okay. Also das war schon okay. Das war jetzt nicht so Arafat-like. Aber es war ja trotzdem da, dass du dir dazu gedacht hast. Ey. So. Gewisse, gewisses Feeling ist jetzt da. Ne? Gott sei Dank, da ... Dick hat's so gut wollte. Alter, hat das nicht funktioniert? Ne? Das ist ... Jeder kennt das. Ne? Das ist kein Promo-Move. Ich bin raus jetzt hier. Ich weiß noch genau, ich fahre Auto und irgendwie kriege ich eine Nachricht. gucke auf mein Handy. Kapi ist raus bei EGJ. Ich fahre rechts ran. Ich rufe ihn an. Oder ich rufe, ich weiß nicht mehr, irgendjemand zuerst angerufen. Ich sage, stimmt das? Weißt du so, man hat's nicht geglaubt, weil man hat so gedacht so, tamam. Irgendwie, manchmal hat man doch Glück. Ja. Aber auf jeden Fall ... Ja, aber wir haben halt wirklich, wir haben angefangen wirklich, wir haben das wie Politik gemacht. Wir haben das wirklich, wir haben die Wege zugemacht, die Mitarbeiter zugemacht, also die Mitarbeiter, also jetzt nicht ein Mitarbeiter, sondern so die ... die zuarbeiten, Leute, die ihm zuarbeiten. Die Leute, die ihm ... Ich habe jeden Künstler, der mich danach nochmal gefragt hat, ey, der Bushido hat mich gefragt, ob ich auf sein Album komme, habe ich wirklich meinen Namen, Ruf, alles, was ich für die Leute gemacht habe, alles, was ich jemals für jemanden gemacht habe, habe ich genutzt, um zu sagen, Bro, wenn du Gott liebst, wenn du mich liebst, dann mach das nicht. Und das hat gefruchtet, das hat eine ganze Zeit lang ... Lass mal auf den jetzt scheißen, ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt wieder drei Stunden über Bushido zu reden. Hast du noch eine Frage? Ich habe eine Frage ... Ey, Gino lässt nicht locker. Ey, Leute, ich will nicht mehr, der Typ ist für mich tot als tot, aber er will ... Aber mich interessiert's, guck mal. Ähm ... Bushido ist so oft gefallen, ne? Er ist doch so oft gefallen. Was hängst du mal sagt? Der ist wie eine Kakerlake, der überlebt Atomkrieg. Aber ich sag dir, ne? Ich sag dir das. Nein, das stimmt, ne? Gib mal her, ich sag dir das. Das haben auch damals immer wieder Leute gesagt, ja, aber wann steht er wieder auf? Wann steht er wieder auf? Und das stimmt, dass er ein paar Mal auch aufgestanden ist. Klar, er ist der größte Rapper. Das ist der krasseste Rapper von Kapi. Ja, hundertpro. Aber die Kapi-Sache hat ihm ... Also der Weggang von Kapi hat ihn in ein größeres Loch geschmissen, als er vorher war. Das muss man auch sagen. Das heißt, mit dem Hype kam auch das Loch. Ich will nur sagen, das stimmt. Und er hat auch immer wieder geschafft, irgendwie was zu reißen, weil ey, der hat ein gutes Team. Der hatte Arafat, der ihm den Rücken freigehalten hat. Der hat also auch die nötige Power dahinter, dieses Durchsetzungsvermögen, das er ja überhaupt nicht hat. Das kam von Arafat. Das hatte der. Und natürlich, Digga, er ist einer der bekanntesten Gesichter. Er hat Geld. Irgendwie hat er es immer geschafft. Alles cool. Nur dieses Mal ist es was anderes. Er kann wieder schaffen. Er kann total ... Von mir aus soll er so einen Kardashian-Style machen. Er soll am Start sein. Er will so richerer in Dubai auswanderen. Kann er alles machen. Nur in diesem Game, und das habe ich ihm gesagt, ich habe ihm gesagt, ich verspreche dir das, Bro. Nicht mal Jay-Z bringt dich zurück. In diesem Game kommt er nicht mehr zurück. In diesem hingegen nicht mehr gut sein.